Hey, Sorte Leon hier. Wir machen weiter mit der Gunsmith Quest Reihe, heute mit der Aufgabe Gunsmith Part 15 und dabei begegnet uns ein alter Bekannter, nämlich die ESL mit dem Nightscope. Die war früher als Aufgabe Gunsmith Part 11 bekannt, hat also jetzt bei Patch 0.13 einen neuen Platz gefunden in der Gunsmith Quest Reihe. Die Aufgabe ist ansonsten aber dieselbe. Mechanic will von uns eine ESL mit dem GL Shock Budstock, dem ANP-EQ15 Tactical Geweiß, dem NSP-UM Nightscope, einem 30 Schuss Magazin und dann gibt es hier noch Forderungen hinsichtlich Ergonomie und Rückstoß. Die sind aber erfüllt automatisch, wenn man die anderen Teile an die Waffe anbaut. Deswegen brauchen wir uns da nicht drum kümmern. So, wir gehen in den Stash. Da liegt die ASL. Die ist sinnvoll, wenn ihr sie im Raid findet, dass ihr sie mitnehmt, denn ansonsten müsst ihr sie bei Prepper für 145.000 Rubel kaufen. Die Waffe wird nicht so häufig gespielt, deswegen ist sie auch im Flohmarkt selten wirklich günstiger zu bekommen. Ansonsten die anderen Teile, das NSP-U Scope, das könnt ihr ebenfalls bei Prepper kaufen und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Die beiden Teile hier noch, da will ich noch ein Wort drauf verlieren, den GL Shock Stock und den Pistol Grip für die ASL. Kommt bitte nicht auf die Idee, diese beiden Sachen direkt im Flohmarkt zu kaufen. Wenn ihr die Waffe zusammenbaut, dann gebt ihr viel, viel Geld aus, was unnötig ist. Ihr bekommt beide Teile bei Mechanic als auf Stufe 2 zum Tausch angeboten. Das ist einerseits hier der Pistol Grip, der ist ja schon ausgewählt für eine Tüte Milch. Ansonsten kann das Ding im Flohmarkt locker mal 50, 60.000 Rubel kosten und der GL Shock Stock liegt hier oben und ist für ein großes wie die 40 zu bekommen. Ist also nicht wirklich ein Akt vom Preis her. So, das kniffligste ist wahrscheinlich im Moment zumindest hier das 30 Schuss Magazin, einfach weil es nicht so aussieht, wie es aussehen soll. Hier entweder ist es bei mir ein Bug, dass das Spiel gerade hier das Bild falsch hat oder es ist generell der Fall. Achtet ein bisschen darauf, das 30 Schuss Magazin bekommt ihr auf Level 3 oder 4. Wir müssen hier mal schauen. Es ist auf Level 4, es ist da auf alle Fälle für 39.000 Rubel zu kaufen und dann müsste es eigentlich auf Level 3 irgendwo das entsprechende Tauschangebot geben. Oder schon ab der 2. Ich sehe es nicht. Egal. Hier ist es jedenfalls auf Level 4, den hat man ja ziemlich zeitig. Könnt ihr also das genauso gut für vier Zangen kaufen. So, das war es aber auch schon. Die anderen Sachen besprechen wir, wenn wir die Waffe zusammenbauen, was wir jetzt machen. Wir gehen also in den Preset Editor, haben hier unsere ASL und damit wir die Waffe bauen können, fangen wir hinten an, den normalen Standard Stock abzubauen. Denn erst wenn dieser ab ist, können wir hier den neuen Piss Script anbauen und auf den setzen wir dann den GL Shock Stock auf. Als nächstes gehen wir hier an die Seite und da passt dann das NSPUM Nachtscope dran. So, jetzt geht es daran, das Magazin auszutauschen und dann seht ihr ja schon, das sieht halt ein bisschen schräg aus, aber es ist letzten Endes das 9x39 30 Schuss Magazin und sobald man es ausgewählt hat, sieht das hier auch ganz normal aus, wie es sein soll. Und jetzt geht es darum, noch den Laser anzubauen und da habt ihr mehrere Möglichkeiten. Mittlerweile, das war früher ein bisschen anders. Ihr habt drei Ringmonds zur Verfügung, welches ihr nehmt. Entweder habt ihr beispielsweise das TOS Ringmord schon da oder habt es gefunden, dann könnt ihr es anbauen. Ansonsten ist es, glaube ich, ein bisschen schwerer mit Level zu bekommen. Ich empfehle euch hier das B3, das Zenith. Das reicht völlig aus und das kostet nicht viel. Das setzt ihr einfach dran. Da unten dran dann den ANP-EQ15 Laser. Und damit haben wir die Waffe so, wie wir sie abgeben müssen und bauen sie zusammen. Und dann können wir hier nochmal ausschalten. So sieht sie also aus. Es ist alles dran gebaut, was wir brauchen. Und ihr seht, ich nehme hier auch eine Waffe, die hat schon ein bisschen ein Leben hinter sich, ist also nicht mehr ganz bei 100%. Ist aber über den üblichen, über der üblich geforderten Haltbarkeit von 60. Das sollte also kein Problem sein. So sieht sie also aus. Und wir gehen zum Mechanic und wir können sie abgeben. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, schaut in die Bauteilliste. Die findet ihr in der Videobeschreibung zu diesem Video. Da sind auch zu jedem Bauteil die Links ins Tag-Off-Wiki, wo ihr nochmal nachvollziehen könnt, wie ihr an die Bauteile rankommt. Ansonsten seht ihr kein Problem. Das war's. Er nimmt die Waffe an und damit ist diese Quest erfüllt. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ich bin wochentags ab 20 Uhr immer auf Twitch in Escape vom Tag auf oder anderen Shooter-Spielen unterwegs. Schaut vorbei, sagt Hallo und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.